Bieriges aus der Brauwelt. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. In diesen Holzfässern reift für die besonderen Momente das Jahrgangsbier aus der Riegele Biermanufaktur. Jetzt ist es trinkreif, das in reiner Handarbeit entstandene Magnus 19. Einmal im Jahr reift bei uns hier im Reifekeller ein ganz besonderes Bier, Magnus. Magnus, lateinisch für groß, Magnus 19, der diesjährige Jahrgang. Ausgebaut in Kirschbrandfässern, was ganz was Edels, deshalb auch der wunderbare Zusatz. Rubin, Magnus 19, Rubin, das ist wirklich für die Luxusmomente und Momente der inneren Ruhe ganz was Besonderes. Genießen Sie die komplexen Aromen dieses einzigartigen Jahrgangsbieres und lassen Sie Ihren Gaumen von bittersüßer Schokolade und dezenten Kirschnoten umschmeicheln. Kräftig geröstete Malze sorgen dabei für feine Kaffee- und Bariknoten. Die Flaschen sind aber nur begrenzt zu haben. Die Auflage ist streng limitiert. Es gibt 1001 Flaschen und diese werden auch alle Hand abgefüllt und auch alle einzeln nummeriert. Es gibt auch Leute, die ihre Nummern reservieren. Klar, die Nummer 1 ist besonders die Nummer 7 und die Nummer 19. Aber mein Gott, mancher feiert Geburtstag und möchte dann die 54 haben. Auch das ist möglich. Das Magnus 19, ein holzfassgereiftes Jahrgangsbier, ist ab sofort im Bierladen erhältlich und sicher auch schon jetzt eine tolle Geschenkidee. Und jetzt ein Bier des Jahrzehnts. Schönes Leben hier. Liegele, das Genießerbier.